So, hallo und herzlich willkommen. Jetzt geht es weiter mit Darksiders 2. Ja, nachdem ich mir jetzt irgendwie Tiereschein abgebrochen hatte und nicht wusste, wie ich diese beknackte Kugel hier hochkriegen soll, habe ich es dann doch irgendwann rausgefunden. Ja, weil sonst hättet ihr, glaube ich, eine halbe Stunde mit zugucken können, wie Nossi hier in dieser Kugel steht und irgendwie Finger in der Nase hat und keinen Plan, was er überhaupt machen soll. Weil das nämlich nicht erklärt ist bei der PC-Version, nicht so toll. Das heißt, man muss auf Rollen gehen und man kriegt ja so eine Kugel nicht den Berg hoch. Mehr steht da ja nicht, da steht ja nur Rollen. So, jetzt habe ich mal so diverse im Internet, diverse Sachen geguckt und habe auch mir andere LPs angeguckt, sowas beknacktes. Die meisten spielen das ja mit einem Controller und den kann man schütteln und dann kriegt das Ding irgendwie Dampf. So, wenn ich jetzt aber die gleiche Taste drücke wie mit der Knarre. Jo, ganz einfach. Mann, 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 ey. Man hätt sowas ja auch mal erklären können. So, und da ich natürlich gleich weitergelesen habe, wie man das hier macht, weil sonst wäre ich nämlich wieder dem Wahnsinn verfallen. So, Bömmchen mit. Ne. Meine Bombe. So, hier draufstellen. Visieren. Schießen. Und... Coole Sache. Na jo, geht's immer weiter aber. So. Dann... Dann... Och. Hier, die Stechervieh schon wieder. Ach. Ach. Hier, die Stechervieh schon wieder. Was ist das? Ach so, genau. Ich glaub, dann geh ich mal hier vorne. Mensch, jetzt geht das. Oh, geht hier noch was? So. Alles kaputt, alles kaputt. So muss das aussehen. So, nehmen wir mal kurz die Kohle mit. Ist hier was? Ah, wazar. So. Right. Ich habe gerade keinen Plan, was da gut ist. Ich bin ja gerade so ein bisschen planlos, was ich da jetzt machen muss. Komme ich da jetzt rüber oder nicht? Nee. Ich habe jetzt eben auch nicht genau darauf geachtet, was da passiert ist. Hm, 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 hm. Hm. Ach, ich weiß, wo ich bin. Da unten ist nämlich der Raum mit der... Ah, guck mal in der Schau genau. Da unten ist der Raum... Da war ich nämlich schon mal. Ich bin da unten nämlich lang gelaufen. Äh, mal eben kurz was gucken. Ja, na, die sind ja auch geil. Gerade nochmal geguckt. Bringt noch nix, ähm, diesen Hebel umzulegen. Ey, das ist auch wieder geil. So, genau. Die sollte ich kaputt schießen irgendwie. So, eigentlich soll das jetzt gehen, haben sie geschrieben. Naja, gucken wir mal. Muss ich gerade echt nochmal nachlesen, oder? Ah, guck mal. Da soll zu drauf kommen. Sag mal, die sind doch echt irre. Mann, 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 ey. Gibi! Das ist echt klasse. Das ist echt klasse. So, jetzt gucken wir mal, wo bin ich denn überhaupt schon mal gewesen und wo noch nicht. Ich... find's nicht richtig. Ahjuhuja. Höhöh. Na denn. Der Weg soll angeblich hier lang führen. Gucken wir mal. Wahrscheinlich verlaue ich mir jetzt schon wieder. Ich wollte doch mal einen Schumann. Ah, genau das ist der Raum. Ähm. Ne, hier bin ich glaube ich echt, hier bin ich glaube ich wirklich falsch. Eieieieieieieiei. Was bisschen, echt ein bisschen doof ist, dass man halt die, äh, die Karte nicht, ähm, nicht so aufrufen kann. Man muss halt immer wieder in das Hauptmenü rein und da auf die Karte drücken. Weil schön wäre gewesen, so wirklich M halt, also für Map oder sowas halt. Ach, warte mal, da ist ja noch ein Hebel. Hä? Wie ist der, das war ja das, wo ich vorhin nicht hingekommen bin. Hängt das hier nicht irgendwo lang? Äh. Ha, so wirkt ein Schuh draus. Ha. So wirkt ein Schuh draus. Bitte jetzt. So, okay, also die Tür war zu. Das, ah, genau, das ist der Hauptraum. Ah, ja, ja, ich entsinne mich so lose. Mal gucken, ob das da jetzt ist. Hm. Ja, wo ist Wasser hier? Jetzt kommen wir da auch rüber. Hehe. Gibt's hier noch irgendwas? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wasser erzählen sie mir das nicht. Das sind die Ohrknecke, ey. Na ja, dann mach ich das mal. Äh. Äh. Fuck ihn los. Sehr gut. Oh, hallo, den will ich doch gar nicht anvisieren. Wo ist denn der andere Flieder? 1.200 Punkte, ey ey ey. Ach so, dann brauch ich den wirklich nur? Ja. Ja. Das war dann. Naja. Ach, das sind immer diese Dinger, die hier runter... Ach, jetzt halt das geschnitten. So viel haben die ja nicht. Aber irgendwie hat er das noch nicht so ganz geschnitten halt, dass er... so weiter geht. Und da hin, da hin, da hin. Und- Oh! So, halt, nichts weg hier! Oh, lass mir, ich muss in Ruhe! Boah. Oh- Oh! Das ist ja nicht zu wann kommen welche. Mitgeben Ja lass mich doch mal raus hier Verflugtags Weg Ok da sind die Kugeln ok Ok also der Bauch ist relativ weich von dem Viech Schwupp Also hier das ist wirklich echt nur ein bisschen Koordinationssache Nur halt mit den Dingern auszuweichen Scheiße mit den Dingern auszuweichen Also nicht so wie ich jetzt Ey Ok Okay, jetzt läuft der Abob. Weil er sehr oft kritische Treffer verursacht und Vernichtung über seine Feinde bringt. Nur denn. Klingt gut. So, was liegt denn hier noch alles Feindes rum? War es das? Mhm. Mhm. So, ich würde mal sagen, wir gucken mal eben, was wir da so alles Schönes gekriegt haben. Also. Medaillon. Was nix bringt. Handschuhe. Ja, die bringen auch noch nix. Ja, das bringt natürlich... Also das, ähm... Man nimmt halt nicht wirklich viel Schaden mit diesem Erschaffer-Schulter- oder Erschaffer-Dingern. Aber die anderen Dinger machen natürlich echt mehr Wumms halt, ne? Mehr kritischer Schaden. Also da knallt's dann, denke ich mal, schon ganz gut rein. Also ich behalte die Sachen auf jeden Fall, man. Da muss ich mal gucken. So, was ist denn das für ein Ding hier überhaupt? Stufe 700? Alter. Joa, der ist... Joa, das gefällt mir. Okay. Also den werde ich auf jeden Fall behalten. Da gibt's, wenn der so weit ist, gibt's endlich mal eins. Red ich auf die Fresse. So, ja. Aber... Dann haben wir den nächsten Bosskampf hinter uns. Auch ein bisschen Loot gehabt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr bei dem nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao. Ciao.